Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Die letzte Zeit war sehr, sehr schön, aber in den letzten Wochen, Monaten gab's, wie bei euch wahrscheinlich auch, viele Enttäuschungen, also viele Menschen, die mich enttäuscht haben und natürlich ist das erstmal so ein bisschen frustrierend oder es macht traurig oder so, kann man sich ja vorstellen, aber dieses Wort Enttäuschung, das hilft mir immer wieder, das zu verstehen, weil das ist ja, das Wort heißt ja Enttäuschung, das heißt, die Täuschung ist weg. Also die Täuschung, die war vorher da, wir haben falsch über einen Menschen gedacht, haben vielleicht zu viel von ihm erwartet und jetzt sind wir halt enttäuscht, das heißt, eigentlich ist es was Gutes, wir haben wieder Klarheit im Leben und so ist es halt bei jedem Menschen, also entweder ist ein Mensch halt irgendwie ein Geschenk für uns oder halt eine Lektion, aber jeder ist halt wichtig für uns oder kann uns weiterbringen, auch die vermeintlich schlechten Menschen sind irgendwo Meister, beziehungsweise helfen uns, mehr über uns zu verstehen, was wir wollen, was wir nicht wollen, deswegen lasst euch nicht unterkriegen. Wenn ihr immer enttäuscht seid, denkt dran, am Ende geht es euch besser, weil ihr klar sehen könnt, wer für euch da ist, auf wen ihr zählen könnt und darum geht es doch im Leben, oder?